Eigentlich gar nicht schlecht für Menschen mit Flugangst. Ja, ich finde es auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, die App rettet dich dann auch nicht, wenn es irgendwie abstürzt. Nee, aber Menschen, die mit Statistiken vielleicht noch ein bisschen rechnen wollen, die können es ja kontrollieren, ob es stimmt. Ich finde es trotzdem ganz nett, ja. Für alle, die Flugangst haben, holt euch die App Am I Going Down, die errechnet euch die Wahrscheinlichkeit eines Flugzeugabsturzes. 99 Cent kostet das gute Stück. Im App Store für Google Play Besitzer gibt es das noch nicht, aber alle Infos haben wir für euch auch nochmal auf der Seite der Jungen Wilden unter antenne.de. Hier kommt die Nachtigall auf Antenne Bayern. Ja, genau, wir machen weiter mit Bayerns besten Musikmix bei den Jungen Wilden. Maria Mina, All These Things, All These Things. I'm a little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you've screwed up, you're gonna be okay. Now call your boyfriend and apologize, you pushed him pretty far away last night. He really loves you, you just don't always love yourself. And all this time, all this time, you've had it in me, just sometimes we love you, all this time, all this time, you've had it in me, just sometimes we love you, La, 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 la. I think all the mean girls that pulled your hair are barefoot now and pregnant deer and you write pop songs and get to travel around. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017